dann haben wir es Komplett der Quest, thank you A Structure So dann sind wir jetzt bei 15 Minuten und willkommen im neuen Part Was? Doki ist immer noch mit dabei Achso, nach 15 Minuten neue Parts oder was? Ja, ne, ich... Ja, ne, ja, ich... Ja doch schon, aber... Ich sag, dass ich... ich unterbreche ja nicht die Aufnahme, sondern sag nur neu an Ah, hier... 1 Ja... Wird schon... Oh, ich kann jetzt meditieren, ey, cool Also im Chin bin ich der Master Okay, irgendwie, ja, bam Meditiere Was bekomme ich dadurch? Keine Ahnung Ich mach mich mal auf den Weg zu dir, was willst du davon? Äh... Aha Weil so ein... Ja, weil so einer Stadt abzuhängen, wie... Nein, du sollst jetzt erstmal deine Story voranbringen, wa? Pfff... Traurig nicht Ich bin zum Kämpfen hier Ah, okay, ohne Skills Hast du dir jetzt schon mal neue eingeführt... Hast du schon neue bekommen? Ich hab fünf Stück Ja Mir schauch ich nicht, das scheiße Was sagt denn dein... Mission Tracking Overlay Jumbo Nutel Lake Von der... Colony auf... Ich bin halt schon... Spasten da... Und... Ja, scheiße! Was bist du tot? Nein, mein... Intentität has been revealed Ist schief gegangen Fuck Hoffentlich kommt jetzt kein... Hä? Was ist denn das? Ah, okay Intro Intro Ein wunderschönes Intro hier, so... Äh... Well? Well? Was? Alter Hör auf, hier endlich zu schreiben Ey, kann das jetzt endlich mal... Kann man das nicht irgendwie wegmachen? Das will doch bestimmt keiner sehen Ich nicht Ah, Gott sei Dank hab ich diese Tokens Scheiße, ey So 20 Minuten haben wir noch Dann? Dann muss ich los, arbeiten Scheiße Kennst du was nicht, aber... Menschen, die arbeiten müssen Kann ja nicht jeder so ein extrem Schulharzer sein, wie du es bist Schulharzer? Ja Das... Das Target Point can't be posted automat... Ach so... Du wot? So jetzt haben wir 8 Stück, finde ich 2 Alter, der hat schon M für die Map aber, ne? Du kannst die Map hier nicht nutzen Na, weil du im Gebäude bist Na, weil du im Gebäude bist Wie heb ich denn das auch? Ach, auf dem Sk... Alter, jetzt soll ich mich jetzt mit dem Skiller unterhalten oder was? Wenn der Altman... Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Scheiß Intelligence Ficker Oh... Oh... Jetzt lese ich... Ich lese... Space, Space, Space... Ja, mit Space springe ich... Ist das nicht schön... Dann jumpst du in the Space... Ja man... Ich kann dich so gut Pilze fressen... Ganz ehrlich... Mit dem... Ey, wieso hat er sich nicht oben festgehalten? Jetzt bin ich tot bestimmt Technik Und versuche da mit 3 zu kommen Ok... Das ist fertig... Ey, schon wieder zu dem... M... 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 Au... Yeng... Was denn das? Oh! Hier sind Wildschweine... Ne... Das ist mein Wildschweintyp Ahm... Hier... Attack! Na komm, jetzt lad nachher... Oh... Wildschwein ist hart... Oh... Da kommt ein zweites Wildschwein Haha... Das steht auch gerade... Oh... Aber da wurde irgendwie realt... Der Tipp Wildschweine sind nicht wirklich so... Gleich zu krillen... Kann das sein? naja kommt drauf an welches gehst du hast die standard dinge ich bekomme aber ja aber ein schwein ist tot ein wildschwein ist tot jetzt kann ich die vier machen er läuft ja dem immer noch hinterher ich glaube es ist sich doch mal das sind die auch was fallen oder scheiße vor fack na toll er du bist tot ich nicht ich habe zwei schweine besiegt sein beide paralysiert die tussi hat sie angeschafft lassen schweine etwas fallen oder nicht ja klar aber nur wenn du kannst es nur nutzen wenn du sie oder jäger bist was bin ich gar nichts und links ist my life du hast noch keinen den beruf erlernt ja dann laufe ich mal weiter zu dem scheiße jetzt fehlt mir die kacke hätte kann ich einen dünnerladen hier aufmachen ein dünnerladen ja du wirst ein gärtner du pflanzt salat kurken zwiebeln ich bin komaten koch das vielleicht meiner jäger und bauer das lässt du bis auf jeden fall was machst du als bauer farmen brauchst du um essen zu herzustellen anpflanzen und dann wieder ernten ja wir pflanzen top an nein ja dann mache ich was anderes wenn du die dinge hast weil sonst hat das ja keinen sinn wenn ich dieselben machen du oder ja wäre sinnvoll wenn man im team arbeiten wollte weiter von der rund was soll das vor land auch ich habe irgendwas erhalten keine ahnung was aber ich hab's so das muss jetzt nur noch reweilen noch leer werden zum nachladen und dann kann ich hier wieder neu aber ich schätze mal bis ich bei dir bin ne vergehen noch mindestens ein zwei monate ein zwei monate so ich hoffe der ist nicht verbraucht jetzt wie hebe ich das ding hier auf äh gott sei dank jetzt hat es geklappt jetzt hat es geklappt bitte gerne nicht oh gott ey Ich glaube, ich sehe es da und ich glaube, wieder zurück. Hammer. Achso, scheiße, jetzt habe ich das vergessen. Grasshopper-Skill, also piece of it, Reacons. You should pay attention to players. You can return sect using footholds. Let's see. Hero invasion. Huh? What is that? What is that? Exchange Point. Ah, in Shaolin. Okay, dann gehen wir mal zum Shaolin mit dem Foothold. Oder ich mache erstmal hier noch einen Foothold zur Beggars Sekte. Damit man ein bisschen schnell reisen kann. Ach, das kostet was? Nee, will ich nicht. Weg. Oder mache ich das? Oh, wo rennt der denn jetzt wieder hin, meine Güte? Ja doch, wir machen hier einen Sinn. Das Spiel ist so Action... Leck mich, schade. Ja, ist ein MMO. Musst du auch erstmal was freischalten. Ja, ich will was essen. Danke. In echt oder hier? Scheiße, ich glaube, ich sollte hier nicht lang dauern. Beides. Okay, nee, dann machen wir das ein anderer und ich reise jetzt einfach hier zum Shaolin. Ah, jetzt muss ich zu ein Chen Nu gehen. Um das Zeug abzugeben. Lauf zu dem hin. Nein, lauf wieder zu dem hin. Nee, lauf doch nicht zu dem hin. Lauf lieber zu dem zwischendurch mal hin. Ja, das ist halt am Anfang so. Ja, das ist halt am Anfang so. Beziehungsweise, du rennst eigentlich immer dahinter. Zwischen Leuten hinterher. Von daher. Ich komme mir wie ein Näscher vor. Lauf mal da hin, lauf mal da hin. Mein Gott, das dürfen wir schon wieder nicht hochladen, wenn es so weiter geht. Gut, ich komme mir vor wie Isaac Stern. Mein Gott. Äh, ja, check the reward. Das ist die chinesische... Oh, geil, jetzt schon wieder check her. Geh, kack hier. Nein, ich meine, ist das eine schöne Aussicht. Gut, dann hätten wir das geschafft für heutigen... Oh, 50 Liang, das gibt aber gut Geld. Was? Einmal spionieren, 50 Liang. Naja, wo sehe ich, wie viel Geld ich habe? B ist sein Backpack. B? B wie... 1 Liang und 425 Wen. Ich habe 124 Liang, 547 Wen. Und von den da drüber Silber, Talern, 22 Liang und 231 Wen. Von der Werbung da... Davon habe ich... Hast du eigentlich noch ein Pferd? Eigentlich müsstest du ja direkt am Anfang noch ein Pferd haben. Äh... Wo sehe ich das? B und guck mal, ob da eine Whistle drin ist. In deinem Backpack. Bei Items. Nö. 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 Hm. So, was macht man denn? Ja, mach ich auch hier. Oh, der hat mir was gegeben. Er hat mir was gegeben. Iron Smashing Dart. Oh. Ah. Boiled Kurt Hot Chili. Ah, jetzt würde mir sagen, wie man das macht, okay. Ne. Schöne. Rechts. Learn. Learning. By doing. Okay. Können wir jetzt eigentlich die Gilde gründen? Ich gründe die auch gleich eine Gilde. Aber können wir machen. Talk right now. Alter, schon wieder mit dem Labern. Ja, danke. Gib mir Geld. Und blubber mich nicht voll. Was? Okay. Achso, die Dartdinger, äh, was und nicht? Die was? Mad Dog. Soll ich töten oder was? Ja, okay. Super 6. Bam bam bam. Hast du die was? Die Dartdinger, der Thrawn Dart Normal Attack. Ja klar, das ist ja am Anfang der Story. Das gehört mit zur Story von... ...sword of... ...hab's vergessen. Alter. Killing 2 Dogs. Ja. So, Gilde. Alter, ich hab den nicht mehr auf die... Ja, ja, die Hunde. Start a sect. Upgrade. Oh, der hat was fallen gelassen, oder? Der ist schon... Naja. Bin ich immer blutig geschlagen. Nennen sich Mad Dogs sehr, aber sehen aus als ob die... Oh, Number 2. Ne, der kann ich ja selber eine machen. Wunderbärchen. Okay. Okay. Ankele, ich bitte mit uns. Du darfst hier komplett fest. Ja, uuuhu. 300 lang für ne Gilde. Ach du Scheiße. Na wie viel hast du? Na 124. Ja, dann finde mal. Na gut, zahlst du nächsten Monat die nächste Scharte. Wohoho. Naja. Internet Guide. Okay, dann macht das wohl nichts. Dann schick ich mal wieder eine Einladung. Nein, eine Einladung. Was? Anfang. Use Internet Training during Martial Arts... Und wo? Guide? Ne, scheiße. Wollte ich nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Scheiße. Use Internet Training during Martial Arts... Cultivation. Aber wo? Hä? Irgendwie Martial Arts irgendwas kultivieren oder so. Keine Ahnung. Vielleicht von den töten? Naja. Du musst halt mal lesen. Aber was? Aber da steht nix. Da steht nur Use Internet Training. Ja, drück mal K. Ja, jetzt habe ich ja 200 an der Backe. Jetzt geht das nicht. Oh Scheiße. Jetzt habe ich noch einen Typen ange... Oh, Joe. Oh. Das wird fucking... mein Tod. Ach, der ist schon tot? Ne. Alter. Was soll das? Ey, das überlebe ich nicht. Ne, hier meditier oder mach sonst was. Bam, bam. Meditier. Na jetzt. Ne, jetzt schaue ich den, der am wenigsten Energie hat. Ich... Dummbeutel. Okay. Jetzt sind wir zwei Ports fertig. Willst du noch eine weitere Viertelstunde aufnehmen? Ja, von mir aus. Ich bin hier ja gerade derbe. Ähm... Blutrausche. Ja, können wir machen. Schaffe ich noch. Ich muss erst um sechs arbeiten. Wir haben jetzt... Viertel vor fünf. Was? Wieso bin ich tot? Sieben vor fünf haben wir es aber egal. Sieben vor fünf haben wir es aber egal. Sieben vor. Igen vor fünf.